Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie man in R die Faktorstufen von kategorialen Variablen umsortiert. Standardmäßig werden beschriftete Faktorstufen alphabetisch sortiert. Ich hatte bereits gezeigt, wie man kategoriale Variablen faktorisiert und was der Vorteil davon ist. Hier soll es jetzt aber darum gehen, wenn man sich beispielsweise die Wohnsituation anschaut, dann sieht man, dass die Levels hier alphabetisch sind. Und eine alphabetische Sortierung kann mitunter eben nicht gewünscht sein, das heißt man muss diese Sortierung hier nochmal umstellen. Das heißt, der erste Faktor soll auch der niedrigste sein, sprich zum Beispiel die kleinste Wohnfläche haben. Also eine Wohnung hat eine typischerweise kleinere Wohnfläche als ein Reihenhaus und ein Einfamilienhaus. In dem Fall wäre es also genau umgekehrt. Und wenn man sich das in einer Häufigkeitstabelle anschaut, wo jetzt zum Beispiel hier irgendwelche Wahlstimmen sind und die Wohnsituation, dann müsste man natürlich das Ganze hier entsprechend auch umdrehen können. Wie macht man das? Es ist relativ einfach. Und zwar geht man da wieder in den DataFrame und natürlich die Variable, die man hier an der Stelle umsortieren möchte, so nenne ich es mal. Also in meinem Falle die Wohnsituation und die ergibt sich aus. Und jetzt gibt es den Befehl Faktor. Und jetzt muss ich wieder die Variable benennen. Das heißt in meinem Falle wieder DataXLSWohnsituation. Das heißt, die kopiere ich hier einfach mal rein. Und jetzt muss ich sagen, Levels ist gleich und dann C, Concatenate, Klammer auf. Und jetzt benenne ich die. Und jetzt muss ich die genauso benennen, wie ich das bisher hatte. Das heißt, das muss exakt so hier niedergeschrieben werden. Allerdings die Reihenfolge kann ich hier jetzt frei definieren. Also ich könnte jetzt beginnen mit in Anführungszeichen der Wohnung. Natürlich groß schreiben. Wie gesagt, es muss exakt gleichgeschrieben sein. Dann das Reihenhaus. Und dann noch das Einfamilienhaus. Auch hier wieder exakt sein. Also genauso schreiben, wie es bisher schon der Fall ist. Man könnte jetzt das Ganze auch umbrechen, dass man es etwas besser sieht. Das wäre eine Möglichkeit. Dann führt man das aus. Und dann würde man jetzt zum Beispiel sehen, wenn man sich die Variable nochmal angeben lässt, dass man jetzt hier mit der Wohnung anfängt. Eben hatten wir hier das Einfamilienhaus. Das heißt, wir haben das umgedreht. Man könnte jetzt hier aber natürlich auch beliebig diese Reihenfolge ändern. Also insbesondere, wenn man mehr Ausprägungen dieser Variable hat, könnte man zum Beispiel sagen, gut, ich möchte jetzt eben das Reihenhaus mit dem Einfamilienhaus nochmal tauschen. Also das heißt, ich setze hier nochmal das Einfamilienhaus ein, könnte das auch nochmal durchführen und würde dann entsprechend hier Wohnung, Einfamilienhaus und Reihenhaus bekommen. Und das, wenn man das dann beispielsweise in einer Kreuztabelle ausführt, hat dann natürlich dann die Sortierung, dass die allererste Ausprägung, das allererste Level sozusagen, ganz oben steht, dann das zweite und dann das dritte. Bisher war es so, ganz ganz oben, dass die Ausprägungen alphabetisch absteigend sortiert sind. So könnte man also in R die Faktorstufen von kategorialen Variablen umsortieren.